Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf dem Kanal FreeLPay. Ich bin Phipps und darf wieder mit dabei sein bei den netten Herren. Ich kann einfach nicht ohne dich. Dankeschön, dankeschön. Ja, du bist ein toller Typ. Ja, vielleicht sollten wir noch sagen, wie das Spiel heißt. Castle Crush, hat man eben glaube ich schon gesehen, ich bin mir nicht sicher. Ja, oh. Ja, Castle Crushers. So, mit dem Account haben wir ja gespielt. Du warst der Rot, ich war der Blaue. Da sieht man glaube ich auch, dass wir jetzt Hardcore spielen können. An den Toten Kopf, komm mal. Ich glaube auch, ja. Was würde ich denn nehmen? Den gelben Charakter habe ich schon bis Level 8 gespielt. Jetzt mal so eben. Ich glaube, ich nehme mal den Roten. Und ich möchte auch mal ein bisschen auf Magie gehen dieses Mal. Ja, du bist ja letztes Mal nur auf Stärke gegangen. Genau, deswegen will ich diesmal ein bisschen auf Magie gehen. Habe ich nicht noch letztens welche freigeschalten gehabt? Ja, ich frage mich gerade auch, warum die nicht da sind. Egal, ich nehme den Orangen. Strange. Gott, dann ist er wieder eine Orange. Eine Orange ist auch nicht schlecht. Habe ich eben rausgefunden. Da bin ich auf Magie gegangen und der war natürlich auch... Aber warum haben wir schon was freigeschaltet, Falki? Äh, das... Ne, wir haben... Na gut, wir haben wahrscheinlich nur das Intro übersprungen. Ja, das ist ja gerade Kacke. Ich will gucken, ob das Intro da ist. Wenn das Intro da ist, dann jetzt... Er hat eine Radio-Antenne. Ja, auf geht's. So, und der König brüllt, der König brüllt. Fang den! Aber wir haben noch was vergessen. Was denn? Wo die Prinzessin Treppe runterfällt. Ja. Ach, mit dem roten Charakter hatte ich einmal schon gespielt, siehste. Das ich hab mir gefallen. Aber gut, das... Ich bin Level 1 und hab 11 Gold, also das kann ich jetzt einfach mal verschnatsen. Glaublich. Oh, Level 2. Oh, das geht schnell. Kann man einfach nur verschnatsen. Ja, das geht schon. Du holst mich sowieso wieder ein. Ja, ganz, ganz beschnatsmein zu tun. Auf jeden Fall. Das ist doch ein Pro-Gamer. Ja. Meins. So, Geld wird übrigens nicht geteilt. Oh, die Prinzessin! Ah! Oh mein Gott! Die Leute mit dem Gesicht nach unten, das ist total cool. Ja, das wird man... Das... Das... Scheiße, ich kann's... Du weierst das jetzt. Ja, wir haben's ja schon einmal im Korb zusammen durchgespielt. Kurz. Ja, ganz, ganz kurz. Im Korb hab ich gesagt. Achso, ich hab ganz kurz gespielt. Ja, im Korb haben wir's schon einmal durchgespielt. Ich schwör euch, ich habe noch nie so viel bei einem Spiel gelacht. Ja, das stimmt. Das ist einfach nur geil. Ja, er ist tot oder nicht tot? Nein. Jetzt ist er tot. Magie! It's magic. It's the kind of magic, magic. Ja, ich kenn sowas auch. Ja, ja. Auf. Schnauze. Ich lass mal auf dich gehen. Ob ich die Special-Attacken jetzt schon anwenden will, aber... Wohoho, Level 2. Eine neue Combo. Dieses Dino jetzt auch gar nicht mal so unschnell. Unschnell? Ach, keine Ahnung. Hier, ein Heidrank. Können wir uns leisten. Hm. Kein Hemd, keine Schuhe, keine Bedienung. Hallo, Freund. Brauchst du was? Ich hab was, was du brauchst. Kauf was, ja? Nein. Oh. Oh, 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 Magie. Und ich geh diesmal auf... Agilität. Oh, ja. Agilität. Dafür, dass ich letztens so viel Verteidigung hatte... ...gehe ich mal vorgeschickt. Aber das haben wir noch gar nicht. Nee. Doch, haben wir. Nee. Doch, werden wir oben. Oh, doch. Don't shoot it. Aufgeschissen. Ähm, hallo? Nein. Wo geht das hier denn? Au. Penner. Mann, 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 Mann. Ich, äh... Warte mal. Ich muss mal eben... Verteidige mich mal eben ein bisschen kurz. Ich muss hier mal... ...auf dem anderen Bildschirm... Ja, das fällt dir. Nehmen wir noch Rennen. Und mal den Countdown stark. Das fällt dir aber. Oh, meinst, meinst, meinst. Nein! Ja, ja, ja. Mein Appell. Ja, ja, ja. Kleiner. Ja. Da war noch Geld. Mein Geld. Hinter dir kommen welche. Ich weiß. Die Pisser. Na, jetzt hab ich meine Magie verschwendet. Ich find's irgendwie unlogisch, dass der rote Blitze hat. Und dass der orange ein Feuer hat. Meinst, meinst, was ist daran unlogisch? Naja, rot hätt ich mir für Feuer genommen. Nee, orange ist... Feuer ist ja auch orange. Wie man hier eindrucksvoll sieht, hier hinten so, wo ich gerade stehe. Ist ja auch... Ich hab'n Insektenwurzler in meiner Hand. Den hab' ich in meiner Hand. Guck. Au. Ich treff' jetzt nicht. Das ist ein bisschen, äh, tricky mit der Steuerung. Wir hätten, glaub' ich, ähm, andere Charaktere nehmen sollen, weil... Wieso? So ist es ja fast gar nicht unterschiedlich. Feuer und Blitz und so. Naja, gut. Gleich spielen wir ja noch den verrückten Modus dann auch mal im Koop. So. Äh, und da können wir dann auch nochmal andere Charaktere nehmen. Die können wir doch... Die verrückten Modus? Die können wir doch, äh, du kannst dann den roten nehmen und nicht den blauen. Dann können wir den verrückten Modus nochmal spielen. Ja, das können wir, das können wir auf jeden Fall machen. Dann können wir... Ich glaub, das bringt nichts mehr. Er ist tot. Ich glaub, da gibt's ein Achievement, wenn man ihn umbringt, bevor er die Fahne wegwirft. Irgendwie hab' ich so das Gefühl. Äh, ne. Aber ich hab auch nur so das Gefühl. Wer weiß, wer weiß. Ups. Er macht jetzt mal alle down hier. Ich muss ja schneller leveln als du. Ist klar. Ich glaub's dir eh nicht. Wir sind jetzt schon wieder gleich auf, also... Ich weiß. Irgendwie schon. Aber du klopfst halt immer zu viel. Oh, oh mein Gott, wir müssen... Oh nein, nicht das Teil. Au. Das war wenn... Wenn stehen bleibt, ne? Ne, allgemein immer drauf. Ah, ich treffe mich. Oh, ich hab loggelt ab. Gut schon, lieber Boyd. Nein, 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 nein. Ich seh' nichts weiter. Ich seh' nichts weiter. Ich seh' zu viel. Ach, komm hier. Einfach auf da. Auf die Schnauze. Weg, doch. Ne. Auf die Schnauze. Oh. Nein. Er hat das Geld genommen. Du hast schon 45, also... Leg dich nicht drauf. Mach ich trotzdem. Komm, die einfach in die Burg rein. Wo kommen die auf einmal her? Keine Ahnung. Das ist strange. Wir rechnen uns auch immer genau in dieselbe Richtung. Oh, ja. Meins. Meins. Ich komme damit durcheinander, bei welcher Charakter ich bin. Ich bin so geflasht. Flasht. Flasht. Was geht noch draußen? Wo draußen? Was soll ich denn? Könnt man sich im Spiel hier draußen? Nein. Ach, das sollten wir vielleicht noch anmerken. Der Hintergrund. Der, der Hintergrund. Das hab' man bestimmt schon gesehen. Der geht über jetzt ab. Da ist total der Krieg los, ey. Ach, der lebt noch. Jetzt sind wir noch. Nee. Dann werden wir einfach mal stehen. Jetzt wird kurz kratzen. Jetzt ist alles wieder gut. Der ist schon tot. Nee, ist noch nicht. Er ist erst tot, wenn, äh, keine Ahnung. Und das erste Tor geht da aus. Das schöne Tor. Es war so schön. Das sind so viele Ablenkungen hier. Komm, ich helfe dir mal ein bisschen. So, jetzt ist er tot. Du bist der Tor. Mal ein bisschen setzen. Ja. Aha. Was erwartet uns wohl jetzt? Oh mein Gott. Ein, ein... Oh mein Gott. Okay, okay. Okay, okay. Ja. Dieser Typ. Er ist überhaupt nicht übertrieben, oder so? Nichts ist in diesem Spiel übertrieben. Ach Quatsch. Komm, treff ich den denn nicht? Au. Das tat weh. Ich glaub ich... Ja. Ja. Der hat dich an die Wand gepickt. Nein, hat der nicht. Warte. Wie wähle ich denn nochmal Sachen aus? Mach der automatisch, ne? Mit 3, mit 1 oder 2. Ich bin hier irgendwie in der Ecke, oder so? Ja, du musst... Ach so. Äh, A und D. Das hast du gerade gar nicht gesehen. So, so. Wie immer du so drauf steuerst. Na da. Na. Jetzt fress dich heut. Komm. Das können wir doch jetzt nicht schon abfratzen. Au. Ja, ich hab aber noch nen Herd. Ich würde mal sagen, die Prinzessin werden dafür... Entgürt. Auf jeden Fall. Nein! Oh, episches Vettel. Ich treff schon wieder nicht. Böööö. What the fuck? Ich würde mal sagen, jetzt rage ich da richtig ab. Gesunde Verdauung, würd ich sagen. Ja, sehr gesund. Au. Genau. Oh, Mann. Level 4. Jetzt hab ich meinen Halt noch benutzt. Äh, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Oh, scheiße, scheiße. Darauf hab ich gleich geachtet, was der trinkt oder so. Der trinkt, äh, keine Ahnung. Der trinkt, äh, keine Ahnung. Soda. 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 Angereichert. Warum? Ach, komm, Mensch. Ja. Jetzt ist er doch gleich. Komm, 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 komm. Ja. Ja. Sauber. Zu gut gemacht. Das ist auch überhaupt nicht übertrieben. Ach, Quatsch. Bei jedem Boss ist das so. Ja, man kann schon sehr viel Geld bekommen. Was ich mein, bei jedem Spiel. So, jetzt fighten wir. Ich hab kaum noch Leben. Da ist runter. Au. Bitch. Ich glaube, ihr seid perfekt. Ja, ich wusste, dass ich verlier. Au. Das ist gar nicht mal so gesagt. Ja. Und schon bin ich down. Jetzt hast du nichts. Guck. So. Ich hab die Prinzessin. Und ich ein Level mehr. Hast du dir nicht einen Countdown gestellt? In your face. Ja, wir haben acht, na zehn Minuten. Sind's nicht bei jedem Dingens? Das könnte man nicht machen, ne? Beim Boss. Eigentlich schon. Mein Boss. Ja. Mein Boss. Ich geb dir gleich meinen Boss. Spongeboss. Spongeboss. Ich hab so viel. Ich find's scheiße, dass immer nur... Man kann das im Prinzip immer mit nem Gamepad zocken. Eigentlich... Es wird dann immer nur fürs Gamepad angezeigt, diese Kombos. Ja, das stimmt. Ich fahr grad mit Tastatur, weil ich meinen Adapter vom Gamepad weggelegt hab. Wer macht eigentlich so ne Scheiße? Wer erfindet diese Mikroadapter, die man irgendwann nach zwei Monaten verliert und nie wiederfindet? Frag mich nicht. Das ist behindert. Ich weiß nur, dass die Folge jetzt vorbei ist. Das ist behindert, Alter. Oder meinst du, wir schaffen noch eins in der Zeit? Ich will's hier nur mal anmerken. Ja, das ist doch total behindert. Das hier... Guck dir's an. Waldeingang, komm. Weit, weit weg. Waldeingang. Okay. Good lord, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. By Caster Crushers. Oh yeah. Tschüss. Peace.